Hallo liebe Freunde, tut euch mal was Gutes. Nicht so denken wie der ein oder andere jetzt. Ich meine, tut mal was für euch persönlich, für euer Wohlbefinden. Ich wollte euch einfach mal eine Empfehlung aussprechen. In einer Zeit, wo es nicht mehr so viele gute Nachrichten gibt, muss man selber für gute Nachrichten sorgen. Und ich kann euch nur empfehlen, pfeift euch mal ein Tutgut-Rein. Ein schönes Malzbier, traditionell gemacht, aus dem Ruhrgebiet. Gibt es leider nicht hier zu kaufen, in Lower Saxony. Haben wir das beim letzten Besuch in der Woche mitgebracht. Und mir tut es gut. Und wenn schon nichts gut tut, dann kauf dir ein Tutgut. Tutgut ist eine uralte Malzbiersorte aus der Region in Essen. Und wenn man dann so ein bisschen nervös ist, abends nochmal einen Absacker braucht und nicht unbedingt Alkohol trinken will, ist Tutgut die Lösung. Ich habe die Nacht bombig geschlafen und war herrlich ausgeruht heute Morgen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bleibt sauber. Bis dann. Tschüss.